Manche Christen stecken in einer Situation, dass sie sagen, ich fühle mich, wie wenn ich vor einer Mauer stehe. Wie wenn ich vor einer Schranke stehe, einer Barriere, einem Hindernis und ich komme nicht darüber hinweg. Ich bete, ich ringe, ich mache, aber ich komme über diese Barriere in meinem Leben nicht weg. Da ist etwas, was ich nicht bezwingen kann. Falls sich das betrifft, möchte ich dich einladen, mal darüber nachzudenken, über das Thema innere Festlegungen, innere Aussagen, die du über deinem Leben ausgesprochen hast. Weißt du, Menschen begegnet auf ihrem Lebensweg schmerzhafte, verletzende, schwierige Umstände, vielleicht sogar traumatische Umstände. Sie erleben Schweres. Irgendjemand tut ihnen vielleicht etwas an. Und dann treffen sie eine innere Festlegung, um sich selbst zu schützen und sagen beispielsweise, ich werde nie wieder jemanden so nah an mich herankommen lassen. Oder ich werde mich nie wieder so weit für jemanden öffnen. Ich werde nie wieder eine so intensive Freundschaft haben. Oder sie sagen ganz anders. Ich werde das oder jenes niemals schaffen. Ich werde niemals über dieses Problem hinwegkommen. Ich werde diese Krankheit, diese Schwierigkeit, diese Behinderung vielleicht niemals überwinden. Und sie treffen damit eine innere Festlegung, eine Aussage, die über ihrem Leben steht, die sie selber über sich proklamiert haben. Und diese Aussage hat Wirkung, die hat Macht. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du mal zurückdenkst und überlegst, wo kann so etwas in meinem Leben gewesen sein? Wo habe ich vielleicht eine Aussage selber über mir ausgesprochen, die mich heute limitiert, die mich einengt, die mich begrenzt? Und dann ist es an der Zeit, dafür Buße zu tun, diese Angelegenheit mit dem Herrn zu bereinigen und den Menschen vielleicht zu vergeben, die darin involviert waren. Und einfach das Ding zu klären, diese Aussage zu widerrufen. Und viele Menschen erleben, dass es auf einmal weitergeht auf ihrem Weg mit dem Herrn. Überlege einmal, ob in deinem Leben solche eine innere Festlegung vielleicht von dir selber irgendwann mal ausgesprochen worden ist. Manche Menschen sagen zum Beispiel, ich kann irgendeine Sache nicht vergeben, die man mir angetan hat. Ich halte daran fest. Das ist besonders schlimm, weil wenn du nicht vergibst, dann lädst du quasi Folterknechte in dein Leben ein. Ich meine damit folgendes. In der Bibel gibt Jesus uns das Gleichnis vom Schalksknecht. Das heißt, ein Knecht, dem sein Herr, der König sehr viel vergibt, der aber eine kleine Schuld seinem untergebenen Knecht nicht vergibt. Das Ende vom Lied ist, dass dieser Knecht ins Gefängnis kommt und dort den Folterknechten übergeben wird. Das ist ein Bild für dämonische Mächte, die in unserem Leben zerstörerisch und verheerend wirken, wenn wir anderen nicht vergeben. Vielleicht ist das in deinem Leben der Fall. Wieder andere Menschen können sich selbst nicht vergeben. Sie sagen beispielsweise, das werde ich mir nie verzeihen. Das ist im Grunde genommen das Gleiche. Und ich lade dich ein, in deinem Leben einfach mal nachzudenken, zu überlegen, wo kann ich vielleicht selber, bewusst oder unbewusst, solche Aussagen ausgesprochen haben, die mich heute begrenzen. Und nimm es einfach ins Gebet. Das ist keine große Sache. Bring es vor den Herrn. Kläre die Sache. Widerrufe diese Aussage in deinem Leben. Und vielleicht wirst du schon merken, dass der Weg sich klärt. Wir glauben jedenfalls, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!